Ja. Ja. So, warte, 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 warte. Was hast du, diese Radrennen mit Motorrädern? Das ist immer geil. Achso, ist das jetzt unklug, ein Motorrad zu fahren? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hättest ja gerne ein Fahrrad nehmen können. Denk ich mal. Wenn man es dann hätte auswählen können. Habe ich nicht drauf geachtet. Ah, mein Motorrad ist hier schon ganz gut. Mein Bein ist eingeschlafen. Scheiße. Äh, was? Nein. Hast du dich einen Anruf? Ne. Hä? Achso, da geht's lang. Ne, nicht schubsen. So, ich muss doch meine Gesamtführung verteidigen hier. Ne, muss nicht. Und wie das muss. Nein, nicht, nicht. Ich bin aber kräftig dabei. Na toll. Ich lande und verreck dabei. Ja, ich auch. Das sah aber gut aus. Wolltest du mich grad bespringen? Ja. Das sah verdächtig danach aus. Scheißdreck. Ich bin noch vom Ziel. Was soll denn das? Wo ist denn hier unser Random? Ist der abgehauen? Nö, der hat auch mitgemacht oder nicht? Oh, ich hab ihn. Mir war es als ob er weg ist. Weiß ich nicht. Ja, ich meine, so eine Spieleliste schreckt ja auch ab, ne. Das sind ja viele Herausforderungen. Aber mir soll es egal sein, ganz ehrlich gesagt. Sie sind ja zu dritt. Ach, da guckt jetzt immer einer zu. Guck mal, einer guckt zu. Der macht gleich mit. Der will auch rein. Wahrscheinlich ein Kumpel von dem Typen. Ah, guck mal, du bist nur einen Punkt im Vorsprung. Ja, weil ich das Rennen hier vorhin nicht beendet habe. Ansonsten wäre ich jetzt schon längst auf und davon. Ja, da kommen ja noch ein paar. Wir haben ja noch zehn Stück vor uns, ne. Ich lass jetzt noch mal die wenigsten Punkte. Stell mal bitte zwei Runden nur ein. Ich hab jetzt erstmal alle zugelassen. Wir nehmen natürlich wieder Pussy Pink. Ja. Teddy Maker. Jump, jump. Könnt ihr euch jetzt mal bereit machen hier, ihr Schlawiner? Ich bin bereit. I'm as well as fuck. Ich bin sowas von bereit. Und wo seid ihr jetzt? Ich freut euch nicht? Ich will wieder in den Volkürenrenritz. Oh, das ist in Ordnung. Ach da. diese spiele das ist so geil ohne scheiß wir sind alles alles voll mit rampen und so ich habe es doch tatsächlich jetzt wird es richtig geil jetzt wird es richtig geil wer kommt auf die idee mit diesen steil kurven hier geil oder das war gerade glücklich ist ich bin trotzdem doof gelandet so wer wer fühlt jetzt eigentlich gerade und da überholt mich hat jemand der einen weißen wagen ja ich nein noch mal schon und hier wieder hoch nicht nicht aufs dach fallen was nun passiert gerade für irgendwas fünf dollar bekommen fünf dollar ja wahrscheinlich bei chris aufs dach gefallen ist und manchmal backt das ja so rum und man kann über das geld fahren so oder schläge 5 dollar machen die beladen bitte was bitte was das gibt es jetzt nicht wer hat mich jetzt hier gerade überholt so ich kann es nicht sein ich bin auch vierter shit dann war das der andere der neu reingekommen ist dann nämlich auch so einen krassen zentorno der lost hell 33 oder so shit oh you need is love der ist erster ja der hat schon beendet habe ich mich verarschen mist naja jetzt habe ich die führung übernommen ich stehe gerade in der luft dann kommen wir darunter mann ne seitdem war ich noch dritter und was ist jetzt bin für dich nur irgendein ex mal ich kann es so viel zum thema du hast die führung übernommen ok ist das jetzt noch mal so eine kacke oder was weil da stand eben 2.0 schießt mich tot wahrscheinlich eine andere version derselben strecke die kreis die kreis doch du scheiße Boah, einer Ja, ey, da haben sie schon welche geschafft Das gibt's doch nicht Wie soll man denn bitteschön Um diesen scheiß Ring da rumkommen Verdammte Kacke Na, das wird ein langes Rennen Ich glaube, das ist auch nicht mit Runden, oder? Das ist ein Rundenrennen Hab's geschafft! Doch, ist ein Rundenrennen Ja, okay Ja, doch Ziemlich kurze Runden sogar Ah ja, stimmt Ja, das ist jetzt hier verrückt irgendwie Verrückt Ja, und gleich auf Anhieb wieder geschafft Da verhaut es mich jetzt Kurz vorm Ziel In der Kurve Aus dem Auto raus Hier Ja, ich weiß nicht Oh 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 Oh. So, jetzt dürftest du die Führung übernommen haben. Mann, ich bin immer Letzter. Ja, Mann, überall. Jetzt hat da so ein schwuler Typ mit so einer ekelhaften Eigenhaar, Schamhaartoupet Frisur gewonnen. Ich glaube, der hat auch einen extremen Vorteil dadurch, dass er sein getuntes Auto nehmen kann. Ich stelle das gleich mal aus, dass man eigene Fahrzeuge nehmen kann. Ich habe doch auch mal ein eigenes genommen. Ja, aber ich finde das als Chancengleichheit, finde ich das fair, wenn man das ausstellt. Ja. Oh, guck mal, wer der Erster ist. Naja, der eine Punkt, den knöp' ich dir auch noch ab. Übrigens, der andere ist auch dicht dran, ne? Der hat 79. Der hat 79 Chromosomen vielleicht. Jungs, ihr seid echt ganz, ganz schlechte Menschen. Mach mal bitte aufholen, mach mal dann bitte aufholen auch aus. Ähm, aufholen aus. Oh, ich hingehe in der Luft. Ja, ich auch. Das ist so bei dem Rennen hier. Oh, gleich kommt noch was Schönes, da freue ich mich drauf. Team Deathmatch. Das ist geil. Hä? Das ist schon recht, oder? Irgendwie. Ähm. Mich hat anscheinend irgendjemand, irgendjemand hat anscheinend irgendjemand umgebracht. Keine Ahnung, wer wen, aber... Okay, nun bin ich hier auf diesem architektonischen Meisterwerk gelandet. Ja, ich nehme mich auch gerade. Ich fahre in die falsche Richtung, schlecht, ganz schlecht. Ach, das ist so eine Kacke, wo man umdrehen muss, na super. Muss einem doch gesagt werden. Simon, mein Reifen ist verdreht. Ja, was macht man denn da? Ah, Jochi, Jochi ist rein. Schon wieder dieser eine Typ auf dem ersten Platz? Nein, diesmal bin ich auf dem ersten Platz. Mhm. Oh, ich hasse diese Schanze hier. Oh, die kriegt man nicht hin. Boah. Das ist so behindert, ey. Ich hasse diese Ecke, ich hasse diese scheiß verfickte Schanze hier. Ja, vor allen Dingen, weil du an der Kante ständig abreißt praktisch. Ja, das ist so behindert. Du musst hier ganz langsam rauf fahren und dann hast du vielleicht eine Chance. Ey, komm. Komm. Komm schon mal. Was? Ihr habt es ja schon geschafft. Irgendwas. So. Ich krieg den Checkpoint nicht. Ich auch nicht. Wo muss ich jetzt hin? Was ist denn das hier? In Hexenkessel. Oh, na sowas ist ja hier immer richtig behindert, ey. Haha, scheiße. Irgendjemand irgendjemanden erledigt. Kann ich den Kack-Checkpoint hier nicht überspringen? So was riecht mich auf hier. Mann, ich war doch schon raus aus dem Scheiß hier. Schade. Boah. Komm, machen wir, ich krieg den nicht. Scheiß-Checkpoint hier. Ist ja kein Problem, wir beenden das Rennen ja gleich und dann, äh. Ne? Wo muss man denn jetzt hier hin? Ist auch immer das Ziel. Oh, fuck. Boah. Das kannst du ja mal völlig knicken, das olle Rennen hier. Das geht ja mal gar nicht. Boah, ja jetzt, ey. Kurz vor Schluss schaffe ich diesen Kack-Checkpoint, weißt du? Kack drauf. Warte ich da jetzt ab? Boah. Boah, noch geschafft. Sehr gut. Ich glaube, ist der Typ in Führung gegangen. Wobei, ne, dürfte eigentlich nicht. Ah, da guckt wieder jemand zu. Ja, immer noch Platz 1. Alter, wieso hab ich denn so viele Punkte auf einmal? Weil du cheat ist. Aha. Weil der Typ rausgeflogen ist, glaub ich, oder? Ne. Hä? Komisch. Ja, okay. Ich mach jetzt, weil du das Rennen gar nicht erst beendet hast. Fahrräder, oh Gott ey, das ist so ein übles Alter. Das ist richtig übel, das Rennen hier. Na toll, jetzt machst du mir richtig Mut. Das ist richtig übel. Wie hat er das gemacht, dass man wirklich nur das BMX wählen kann? Das will ich auch machen bei meiner Strecke. Das kannst du einstellen, welche Fahrzeugvarianten und welche von den Fahrzeugen man auswählen kann. Ja, das hab ich ja gemacht, aber trotzdem konnte man sich das da noch aussuchen. Erklär mir mal lieber wie es jemand schafft, dass der Spawnpunkt in der Luft beginnt. Das sind Sachen, die mich interessieren. Ah, okay. So gut, ich bin ein Stück nach vorne gerollt, hatte wieder Vorsprung. Richtig gut. Heißt du, so ganz still und heimlich mogel ich mich mal ein bisschen nach vorne. Ja, ja, wie immer. Ja, genau. Das kenne ich. Ja, nein. Das Rennen kenne ich. Shit. Scheiß, das bin ich zu dicht dran, ey. Oh, was denn kranker Scheiß. Ich bin da aus dem Stand gerade rüber. Nein. Das Rennen, ich weiß gar nicht, mit wem ich das hier schon mal gefahren bin. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Paddy, warst du da nicht bei? Nee, ich kenne das hier nicht. Leider. Sonst wäre ich vielleicht schon... Alter. Ja, ich bin das auf jeden Fall schon mal mit irgendwem gefahren. Nein. Ach nee, ach, das ist ja die Scheißstelle, wo man umdrehen muss. Ohhhh. Ach shit, man. Ist das ein Dreck hier, ey. Ach nein, Mist. Was? Oh Mann. Nein, 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 nein. Mann, der kann doch nicht immer so schnell fahren. Ich brems doch extra. Warum fällt der trotzdem so schnell darüber? Nein. Warum habe ich denn jetzt einen Fallschirm auf? Äh, okay. Oh nein, ich... Ich habe schon wieder zu spät gebräst. Ach komm schon, Mann. Was? Das ist doch so zum Kotzen, Alter. Ich glaube, jetzt schaffen wir es doch nicht gleichzeitig. Das kann doch nicht sein. Echt so? Oh nein! Ja, war das dein Bruder? No, was? No, 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 no. das war aber noch nicht mal das rennen was ich meinte glaube ich das kommt noch obwohl das ja auch schon total krank ist ja ich liebe ich finde das total geil das man Oh, jetzt komme ich an dieser Kackstelle schon nicht mehr weiter hier. Der Typ, der hängt immer noch da, wo wir am Anfang hängen und kommt da nicht weiter. Oh. Ich frage mich echt manchmal, ob die Leute rauchen, wenn sie sich so eine Scheiße hier einfallen lassen. Ja, wahrscheinlich gar nichts. Sonst könntest du sowas Geiles gar nicht bauen. Ist jetzt eigentlich schon irgendeiner durchs Ziel? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Ja, ich bin Erster. Oh, ich komme hier kurz vorm Ziel, vor dem vorletzten Checkpoint irgendwie nicht hoch. Jetzt. Das sah aber auch ganz schön fesch aus dann. Ich wollte gerade sagen, ich fliege über das Ziel hinweg. Na, das wäre es ja jetzt noch gewesen. Fand ich super geil, das Ding. Na, ja, wenigstens Dritter. Ja, ja, wenigstens Dritter. Okay. Ich muss gerade mal ganz schnell weg. Gebt mal laut und sagt mal tschüss. 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 Oh, so wie so ein verschüchterter Dreh. Tschüss. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. 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 Vielen Dank.